Sound kommt auch noch. Ja das ist Islanders. Ich mach das mal. Escape kann man schon nicht drücken. Das ist ja schön. Wir machen mal ein neues Spiel. Ich habe das noch nicht gespielt, sondern tatsächlich nur geguckt, dass hier technisch alles funktioniert. Also immer wenn man neu startet wird anscheinend irgendeine generische Insel mal eben gezeigt. Mit dem Mausrad kann man rein und raus zoomen und mit der linken Maustaste das bewegen und mit der rechten kann man das ganze drehen. Und das war's. Das wird ja auch noch mal erklärt und das schöne ist man kann das Tutorial einfach komplett wegklicken. Das habe ich eben schon gesehen und das war's. Worum es bei dem Spiel geht. Man kann was bauen. Also das weiß ich schon und man kann Sachen so bauen, dass sie... also man hat kein Geld und baut damit, sondern man bekommt Punkte dadurch, dass man etwas gebaut hat. Am Anfang hat man freie Punkte und schauen wir mal hier. Ähm, Algenfarm. Äh, achso, damit beginnt das Spiel jetzt mit Algenfarm. Hier kann man eine Algenplantage bauen und hier eine Algenfarm. Das steht ja schon dabei. Da kriegt man zehn Punkte für, wenn man das Ding einfach nur baut. Okay, cool. Äh, machen wir. Ja, eine Algenfarm hier oben auf dem Berg oder... Macht das nicht Sinn, wenn die hier unten irgendwo rumgammelt? Also wir stellen wir mal hier an den Rand. So. Okay. Punkte dafür gekriegt, dass ich was gebaut habe. Äh... Jetzt kann man anscheinend nur noch die Algenplantage bauen und man kriegt mehr Punkte, wenn das in der Nähe der Algenfarm ist. Ah ja, sieht man hier. Ah, das ist schön. Äh... Okay, drehen kann man die Gebäude hier dann auch mit dem Mausrad, damit es schöner aussieht. Moment. Ah, und da gibt es nochmal mehr Punkte, weil es im Wasser ist hier direkt. Jetzt macht das Ganze auch Sinn. Okay, so weit wie möglich weg. Da kann man mehr bauen. Direkt schon optimieren, das Ganze. Gefällt mir. 18 von 20 heißt... Ich kann immer noch nichts Neues Cooles bauen, sondern muss hiermit weitermachen. Na gut. Kann ich die übereinander legen? Nein. Aha. Jetzt habe ich neue Gebäude gekriegt, weil ich genug Punkte gesammelt habe. Und wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dann ist es Game Over, wenn man nicht weiterspielen kann. Das ist cool. Okay. So. Ähm... Ja, ich bin voll dafür, dass wir... hier das Holzfelderzeug mal machen. Und die Algenplantage geht immer. Jetzt gibt es auch keine Punkte mehr dafür, oder was? Doch, 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 doch. Hier, ein Punkt dafür. Na komm. Meine Güte. Da muss man aber ganz genau das Ganze hin und her schieben. Ja, ich optimiere sowas gern. Deswegen schnell noch ein paar Punkte geholt. Jetzt fangen wir an. Sägewerk oder Holzfäller? Ich gehe mal davon aus, Holzfäller vor dem Sägewerk. Und durch die ganzen Bäume kriegt man Punkte. Okay. Oh, das ist cool. Jetzt machen wir erstmal das Sägewerk. Okay, plus sieben Punkte, wenn das in der Nähe ist. Das heißt... Ach, guck an. Steine kann man auch direkt entfernen. Ja, dann optimieren wir das und ballern das direkt daneben hier. So. Nächstes Sägewerk minus 12 Punkte, wenn es daneben ist. Aber wenn es hier wäre, gibt es zusätzliche Punkte. So, das ist natürlich schlecht. Also insgesamt kriege ich jetzt 10 Punkte zusätzlich, obwohl ich Abzüge kriege. weil da schon einer ist. Was ist denn, wenn ich das hier oben hin packe? 17. Und wie kommen die dann zum Sägewerk? Oder ist das jetzt nicht so wichtig? Ich packe das mal da oben hin. Yeah. Bam. Wieder was freigeschaltet. Aber ich glaube, wir machen erstmal weiter und... hier kommt noch so ein Sägewerk hin. Hier kommt noch so ein Sägewerk hin. Cool. Wo ich euch vielleicht auch noch dran erinnern kann, beim ersten Stream, ihr hattet null Zuschauer. So wie ich jetzt. Das ist... Das ist schon äh... Ja. Das ist gar nicht so spannend. Vor allem, wenn man genau sieht, dass keiner zuguckt. Aber das Ganze wird aufgezeichnet, glaube ich. Kann man sich später angucken. Ähm. Warum man streamt. Falls sich das jemand fragt. Äh. Am besten einfach nur, weil es einem gerade Bock macht. Und... Einfach weil es Spaß macht. Nicht weil man irgendwas, keine Ahnung, zeigen muss. Oder sonst irgendwas. Also mir macht das Spaß, die ganze Technik aufzusetzen. Das so einzurichten, dass es funktioniert. Und wenn dann tatsächlich mir irgendwann jemand zuguckt, dann äh... Ja. Dann ist das, glaube ich, auch ganz interessant. Falls mal irgendwann ganz viele zugucken. Es ist was ganz anderes. Glaube ich zwar nicht dran. Es ist auch relativ egal. Uh. Was für eine Frage. Erst die Brauerei oder die Stadt? Hm. Natürlich die Brauerei. Was für eine Frage. Nee. Wie Algenfarm? Achso, die kann man dann zwischendurch immer wieder setzen. Aber ich krieg definitiv Pluspunkte, wenn ich die jetzt dahin baller. Ja, mach ich das so einfach. Solange ich keine Punkte verliere, level ich immer weiter ab und kann immer mehr Gebäude hinstellen. Sollte ich Sachen abgezogen bekommen, hat man irgendwann nichts mehr zum aufbauen und dann kann man nicht weiterspielen. Im Prinzip geht es darum, glaube ich. Und deswegen baue ich jetzt auch einfach hier diese Algendinger da noch hin. Cool. Ähm. Die Brauerei kriegt Punkte, wenn das Hopfenfeld in der Nähe ist. Und. Ha. Andersrum. Okay. Ich pack die einfach mal hier so an den Rand. Und dann gibt es Pluspunkte, wenn das in der Nähe ist. Warum kann ich, genau, warum kann ich das nicht hier hinten hin tun? Dazu eine relaxende Zen-Musik oder sowas in der Richtung. Also es macht Spaß, wenn man auf so kleine Indie-Games steht und so ein Kram hier aufbauen kann. Ich find's ganz cool. So. Ja komm. Jetzt geben wir denen hier doch mal so eine Stadt mit. Vielleicht noch ein paar Leute hier auf der Insel wohnen können und nicht nur Gebäude und Bier gebraut wird. Ah. Holzfäller. Na gut. Doch noch ein bisschen optimieren. Hier kommt noch so ein Holzfäller hin. Da gibt es nämlich Pluspunkte. Ähm. Also ja. Zwei Euro haben sich jetzt schon gelohnt für das Spiel. Kann man bei Steam auf jeden Fall mal kaufen. So. Die Stadt. Äh. Ja komm. Hier ist das Zentrum. Das sieht gut aus. Kann man mal ranzoomen. Ja. Ja. Die Grafik ist äh. Also man kann auch ruhig wieder rauszoomen. Auch wenn die Auflösung nicht so groß ist. Man erkennt immer noch alles ganz gut. Man braucht glaube ich auch keinen schnellen PC dafür. Ohne Auflösung von 1080p. Äh. Mehr kann mein Rechner auch nicht wenn ich dabei streame. Deswegen äh. Machen wir das so. Okay. Mit der Villa gibt es dann Pluspunkte. Und ich stelle mal alles ganz nah zusammen. Ich nehme mal an das bringt dann später was. Moment. Ich habe da immer noch die Villa. Sieht jetzt anders aus. Na gut. Hier äh. Steine verschwinden einfach automatisch. Das ist auch ganz cool. Und wenn man das jetzt alles so nah wie möglich zueinander stellt. Gibt es glaube ich die meisten Punkte. Ja. Äh. Äh. Acht Punkte noch. Dann kriege ich schon wieder irgendwie so einen Level Aufstieg und kann weitere Sachen bauen. Das ist so ein nettes Spiel. zum Nachfeierabend mal abschalten und dabei Gin Tonic trinken, vielleicht irgendwann mal andere Musik einschalten bei dem Spiel oder ausschalten, ich weiß es auch nicht. Schon erst eine neue Idee dafür. Wenn ich das hier nochmal streame, ich werde glaube ich die Musik einfach austauschen auf Dauer. Das kann man machen bei Twitch hier, oder? Musik einblenden? Von Spotify oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube das geht. Ich wollte trinken. Jetzt die Landwirtschaft oder den Schamanen. Da gibt es Punkte, wenn man die Algenplantage dabei hat und hier gibt es Punkte, wenn nichts in der Nähe ist. Dann nehmen wir doch lieber das hier. Da gibt es Zusatzpunkte. Okay. Wenn das in der Nähe ist, gibt es für den Punkte. Ich würde mal behaupten, dann versuchen wir das doch mal hier zu optimieren. 13 Punkte. 13 Punkte. Was? Expeditionsbutton. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich klicke direkt mal drauf, würde ich sagen. Ah, okay. Man kann hier freiwillig dann zu einer neuen Insel gehen und wahrscheinlich mit anderen Sachen weitermachen. Weiß ich jetzt noch nicht. Oder man baut das Ding hier zu Ende. Aber ich glaube es ist spannend, da direkt mal rauszufinden, ob etwas Neues gibt. Äh. Äh. Spiel geht neue Insel. Man kann nicht zurückkehren zur Insel. Das heißt, man geht mit seinen Punkten auf eine neue Insel und kann da direkt schon mal weiter oben beginnen oder so. Nehme ich an. Einfach mal testen. Das erste Chief mit was dem gekriegt. Yay. So. Ich frage mich, ob das jetzt auch hier generisch generiert ist. Okay, weiter rauszoomen geht gar nicht. Das Ding ist größer. Und das ist eine Statue. Dafür gab es Punkte. Cool, cool, cool. Ja, ne. Äh. Es geht wieder mit Holzfäller und Algenfarm los. Ich überlege gerade, ob das dann... Die Inseln werden immer größer. Man kommt mit seinen alten Punkten ran. Und kann dann, wenn man irgendwas vorher nicht so richtig gemacht hat, das dann nochmal besser machen. Ich glaube... Es macht schon Sinn, die Insel komplett auszubauen. Ja, genau. Hier kriegt man nämlich Zusatzpunkte, wenn hier noch so eine Statue in der Nähe ist. So ein bisschen drehen. Sieht schöner aus. Wird das hier nicht überflutet, wenn hier Flut ist? Hm? Weiß man nicht. Okay. So ein bisschen optimieren. Statue auch noch in der Nähe. 12 Punkte. Ja, nehme ich, nehme ich. Gut. Es gibt andere Sachen zur Auswahl. Die Ziegelindustrie. Sandgrube, Ziegelbrennerei oder die Algenplantage? Ach, die ist ja immer noch da. Ja, dafür gibt es ja immer Punkte. Deswegen werde ich die direkt mal dazu packen. 10 Punkte, ja. Her damit. Nochmal 10 Punkte. Nochmal 10... So, nochmal zurück zur Sandgrube. Okay, ich nehme mal an, man fängt mit so einer Ziegelbrennerei an. Und irgendwo gibt es vielleicht mehr Punkte, wenn man das Ding hier hinstellt. Ne, überall 6 Punkte. Dann kann man es einfach hier mitten reinstellen. So, hierfür gibt es dann Zusatzpunkte, wenn es da in der Nähe ist. Oh, riesiges Gebiet. Okay. So, das sieht schön aus. Na komm. Die Holzfehler von eben nochmal. Und weil das so gut geklappt hat... Ah, Moment, Moment. Neue Algenplantage. 13 Punkte. 13, 13, 13. Ja. Auch hier... Ah, 17. Moment. Na... Na, hier minus 24 insgesamt. Wenn man da kurz raus ist, dann... Ja. Da muss man genau so die Pixel genau die Abstände machen, damit man hier die meisten Punkte kriegt. So, das sind jetzt 8 Punkte. 3... Gibt wohl echt die meisten, wenn das hier in der Nähe ist. Nun gut. Oh, guck mal hier. Kann man sogar weitere Sachen freischalten. Mach ich auch direkt mal. Ja, Brauerei. Auch nochmal dazu. Also kann man auch immer mehr freischalten, auch wenn man es noch gar nicht gebaut hat. Das ist ja super. Ach, da kann ich mich ja kaum entscheiden, was ich bauen will. Algenplantagen. Natürlich. Gib mir Punkte. Erstmal. 9, 2... Komm, ein bisschen schön muss das auch aussehen. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. 10 ist besser. Also so kann man theoretisch unendlich weiterbauen, wenn es immer Pluspunkte gibt. Ich nehme mal an, irgendwann wird es schwieriger, wenn man einfach gar keinen Platz mehr hat. Und dann muss man zur nächsten Insel gehen. Äh... Trotzdem. Jetzt hier erstmal Brauerei und Topfenfeld. Das war ja alles... Na komm. Hier oben. Drei Punkte. Überall drei Punkte. Hier. Hier ist gut. Gibt es noch irgendwo mehr Punkte? Ne, ne? Da kann es auch direkt daneben liegen. Ach, das war es schon. Holzfäller, Sägewerk. Ja gut, wir machen mal mit Holzfällern weiter, weil hier hinten so viele Bäume sind. Drehen das Ganze mal rum. Ja, ich gebe zu. Die Musik finde ich jetzt schon langsam ein bisschen anstrengend. So, maximal 25 Punkte dahin. Ein Achievement dafür gekriegt, weil der Punkt so toll ist, den ich getroffen habe. Von mir aus. So, jetzt gibt es einfach nur sieben Punkte. Ja, kommt dann direkt daneben. Und weitere Sachen freischalten. Ja, also ich setze jetzt schon mal irgendwo eine Stadt hin. Ich glaube nämlich, die kann man immer weiter ausbauen und wenn ich nicht langsam anfange, ist kein Platz mehr. Aber ich mache erstmal Holzfäller. Nein, 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 nein. Stadt. Das muss ja irgendwie cool aussehen, das ganze Ding hier. Ich habe immer noch einen Zuschauer. Das ist unglaublich. Schreib mal was. Vielleicht sehe ich das hier im Chat. Ich weiß noch gar nicht, wie das funktioniert. Vielleicht wird das auch fehlerhaft angezeigt und es guckt gar keiner zu. Kann auch sein. Eigentlich auch egal. Stadtzentrum. Ah, hier. Kriegt man wieder Zusatzpunkte, wenn das in der Nähe ist. Aber ich will das hier oben bauen. Hm. Ich glaube, ich muss in den sauren Apfel beißen und muss das trotzdem hier oben hinpacken. Schon wieder ein Achievement für irgendwas. Ja, jetzt baue ich das alles hier nebeneinander. Ja, die Villen sehen nicht immer gleich aus. Und man kann die eigentlich ziemlich gut hier aneinander rein. Das waren nur noch Häuser. Ganz normale, stinknormale Häuser. Ähm. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Man kann mit dem Mausrad das Ganze ein bisschen drehen. Und super leicht hier die ganzen Abstände hinkriegen. Gibt ja mehr Punkte. Noch vier Punkte, dann krieg ich schon wieder was freigeschaltet. Das ist gut. Ziegelbrennerei. Äh. Brauchen wir da nicht irgendwas anderes noch? Steinmetze in der Nähe. Den kann ich gar nicht... Müssen ja freigeschaltet werden. Ich warte noch was. Ich baue hier nochmal so einen Holzfäller. Fünf Punkte. Äh. Sechzehn. Ja, hier krieg ich schon wieder was abgezogen, weil der Holzfäller schon direkt daneben ist. Ich nehme mal an, die 19 hier sind maximal. Oh. Uh. Trotz Abzug ist das hier die maximale Punktzahl. Also zwei Holzfäller direkt nebeneinander. Funktioniert. Ja. Was freigeschaltet. Steinmetz. Fast zur Ziegelbrennerei nehme ich an. Ja. Okay. Ähm. Steinmetz. Ich würde mal fast sagen, der kommt zuerst und muss irgendwo stehen, wo Steine sind. Ne. Hier das nicht. Also wenn es ja eh keine Zusatzpunkte gibt, dann kommt der hier unten... Warum kann ich den nicht da unten hinpacken? Ah, hier. Der kann nur auf diesen Steindingern stehen. Ah. Verstehe. Dann steht der hier, glaube ich, total gut. So am Rand, wo nichts anderes reinpasst. Kann nicht anders. Ich optimiere schon für, äh, später. Häuser? Ne. Ziegel. Also hier gibt es Punkte dafür. Oh. Das, das war dumm. Äh, 17 Punkte hier hinten. Und hier 11. Ja, die hätte ich alle zusammenlegen müssen. Hier diese Scheiß. Was war das hier? Ziegelbrennereien? Ne. Doch. Genau. Da steht ja noch einer. Deswegen gibt es einen Abzug dafür. In der Nähe von diesen Steindingern ist, äh, passt wohl doch besser. Egal. Schön optimieren. Die Punkte nehmen und dann steht das hier halt an der Küste. Hä, ist das halt so. Wir bauen nochmal, äh, Häuser. Zur Stadt hinzu. Ich meine, hey. Zwei Euro. Haha. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass nach einer Stunde vielleicht, dass man dann alles erreicht hat. Ne, also ich kann mir vorstellen, irgendwie so vier Stunden kann man das Spiel garantiert, äh, mit Spaß spielen. Nach dem ersten Mal optimiert man dann nochmal und versucht dann irgendwie so eine Insel mega voll zu kriegen. Ich habe so ein paar Screenshots schon gesehen bei, ähm, Dingens hier. Steam. Da kann man das ja hochladen. Äh, da gibt es schon so kleine Wettbewerbe, wer die schönsten Städte gebaut hat und so weiter und so fort. Also so ein paar richtige Fans. Ähm, hier kriege ich ja kaum noch Punkte dazu. Ich glaube, ich muss noch ein neues Algen-Ding aufbauen. Äh, tja. Hilft nix. Muss ich neu machen hier hin. Huch. Und schon wieder was freigeschaltet. Ich komme gar nicht hinterher. Ich baue erstmal das hier auf. So. Ähm, what? Äh, zum ersten Mal was, was ich nicht verstehe. Ach so, Hopfenfeld. Ich habe mich vertan. Die Algenplantage sieht ähnlich aus. Hey. So, das kommt da hin. Hier kann man weitere Hopfenfelder einfach hinzufügen, nehme ich an. Ähm, Holzfäller. Ich gebe fast davon aus, wenn ich den hier neben packe, gibt es immer noch die maximalen Punkte. 16. Oh, oh. 17. 17 hier. So 17. Na. Äh, äh, äh. Äh. Schamane. Die waren eben ziemlich easy, glaube ich, ne? Äh. Äh. Tempel. Blume. Algenplantage gibt es Pluspunkte. Habe ich ja alles noch nicht so richtig. Hauptsache kein Stadtzentrum in der Nähe. Ja, dann gibt es jetzt einen Algenschamanen. Ich nenne jetzt mal den Algenschamanen und der findet es mega toll hier in der Nähe zu sein. Ah, ich will noch einen. Geht nicht. Moment mal. Gab es eben auch schon Abzug dafür, dass die Sandgruben nebeneinander waren? Wahrscheinlich, ne? Wie unpraktisch. Ja. Dann kommt die hier hinten hin. Ich hätte ja gedacht, das macht Sinn, dass das hier neben der Ziegelbrennerei ist. Aber, hm, anscheinend nicht. So, jetzt könnte man direkt zur nächsten Insel. Das mache ich jetzt aber nicht, weil jetzt habe ich mal Bock, hier die anderen Sachen zu sehen. Ich weiß noch gar nicht, was es alles gibt. So, jetzt wird es schwierig, hiermit auch irgendwie Punkte zu machen. Hm. Neun, wenn es direkt daneben steht, obwohl es fette Abzüge gibt. Ah, hier hinten. Hier. Haha, perfekt. Weit genug weg vom anderen Sägewerk, aber die Punkte von den Holzfällern hier mitnehmen. Hm. Ja, dann stelle ich hier hinten noch eins hin und der nächste Holzfäller kommt da irgendwie in die Nähe oder so. Das passt schon. So, die Stadt mal erweitern. Moment. Oh, hier gibt es nur noch zwei Punkte, weil das Stadtzentrum so weit weg ist. Dann spiele ich mal Tetris und es kommt hier rein. Wahnsinn. Was Neues? Fischer. So. Das hatten wir noch nicht. Dazu kommt ein Haus. Okay. Vier Villen. Anscheinend gibt es immer so für die Stadt Futter noch dazu, wenn man was freigeschaltet hat. So. Ich habe mir vergessen die Anleitung durchzulesen. Stadtzentrum, Lager, Statue, Hütte, Algenplantage in der Nähe gibt Vorteile und eine Algenfarm gibt wieder Nachteile. Plantage gut, Farm schlecht. Okay. Sieht man hier auch. Das heißt, wenn das Ding hier stehen würde, würde es... Oh. Oh. Den kann man hier einfach hinten hinpacken. Neun Punkte waren das jetzt maximal. Ah, hier gibt es schon zehn Punkte, weil die Stadt in der Nähe ist. Elf. Ja, und minus acht Punkte, weil die zwei Algenplantagen Dinger dann auch im Weg sind. Das heißt, die machen mehr Abzug als Vorteile hiervon. Das heißt, ja, ich kriege auch elf Punkte, wenn nichts in der Nähe ist. Schade. Hm. Hier, 14 Punkte. Ah. Wenn ich hier oben das Ding hier nicht mit drin habe. Also kurz da rein. Dann gibt es die meisten Punkte. Ich habe doch hier 14 gesehen. Da, da. Na gut. Kommt hier da hin. Die Musik ist gar nicht so schlimm. Die beruhigt auch ein bisschen. Hier gibt es jetzt immer weniger Punkte, weil ich immer weiter weg vom Stadtzentrum baue. Aber okay. So. Hier sieht es noch am schönsten aus. Vielleicht so. Zwei Punkte. Die könnte man, ja, sehr gut. Fünf Punkte. Vier. Fünf. Fünf. So. Zehn Punkte. Weil ich noch im Stadtzentrum bin. Das ist doch schön. Es war jetzt aber kurz vor zu wenig Punkte, um irgendwas freizuschalten. Ich dachte, ich hätte hier alles schon echt gut gemacht. Aber, äh. Das wird jetzt schon langsam hart. Und dann muss man wirklich zur nächsten Insel springen. Okay. Wenn die erstmal freigeschaltet ist. Wenn man das nicht schafft, ist das Spiel, glaube ich, vorbei. Okay. Ah. Landwirtschaftspark. Das war langweilig. Brunnen. Jawoll. Wieso kriege ich denn jetzt den anderen Mist auch noch dazu? Egal. Der Brunnen. Der gibt mega voll viel Punkte hier beim Stadtzentrum. 36. Ich glaube, das wird nicht besser. Ich könnte ja auch durchlesen, was da drin steht. Aber es ist viel einfacher, das hier dran zu halten und zu sehen. Ja. Brunnen. 36 Punkte. Nehmen wir. Und dadurch schalten wir gleich wieder was frei. Und dann gibt es wieder neues Zeug. Das ist gut. Hier gibt es dann immer so Zeug noch dabei. Und dann kann man da wieder Punkte mit den Algen machen. Wieso darf ich das hier nicht hinstellen? Was soll das? Das ist zu weit weg. Äh. Hallo? Ich will die Algenplantage. Ne. Farm hier. Hier. Die Farm muss noch mit dabei. Jetzt komme ich ja nicht mehr dran und kriege die Punkte nicht. Ah. Hier auch? Hier hinten. Okay. Ja. Fehlen noch ein paar Punkte. So. Schamanisch. Was ist denn der Unterschied zwischen denen hier? Ich glaube das ist kein großer Unterschied. Okay. Da gibt es für den Brunnen noch Zusatzpunkte. Ich könnte ja auch einfach mal da ranzoomen. Okay. Wie? Zwölf Punkte. Wofür? Ja. Egal. Nehm ich. Startsetzung wird größer. Noch so ein Fischer. Wir erinnern uns an gar nichts. Ich habe nämlich echt ein schlechtes Gedächtnis. Wofür kriege ich jetzt Punkte? Hier irgendwie, wenn ich, wenn ich, na, hier hinten kriegt der irgendwie 8, 11, 11, 12, na. Okay. Zwölf Punkte. Soll reichen. Och. Es fehlt noch 2. So. Der Steinmetz. Der kriegt Punkte, wenn hier die Ziegelfabriksdingens da dabei ist. Deswegen. Was? Ja. Kann ich aber nicht bauen, weil es nicht auf Stein ist. So eine Kacke. Okay. Elf Punkte. Fünf. Neun. Ach, neun ist Standard. Scheiße. Ja. So ein kleines bisschen Fail, würde ich sagen. Ja. Dann nehme ich die zwei Zusatzpunkte durch das Stadtzentrum. Reicht aber, um etwas freizuschalten. Gerade noch so. Sonst wäre es das gewesen. Hey, das ist lustig. Ich habe übrigens bei Steam noch Plague's Tale gekauft. Kostet ein bisschen mehr. Ich glaube 20, 30 Euro oder so. Aber die Story soll da so geil sein. Das muss ich hier dann auch mal irgendwann antesten. Ist lustig. Man gibt sich ein kleines bisschen mehr Mühe bei so einem Spiel. Wenn man weiß, es guckt ein Zuschauer zu. Danke dafür. Das ist so ein bisschen Druck dahinter, äh, nicht schlecht zu spielen. Oder vor Frust einfach wieder aufzuhören. Moment. Was ist das? Wieso gibt das so viele Punkte? Ich hatte das noch nicht. Das ist eine Hütte. Ah, Hütten. Okay. Und Hütten können anscheinend auch weit weg vom Stadtzentrum stehen. Und man kriegt trotzdem noch Punkte dafür. Und wenn hier diese ganzen Fischer dabei sind, gibt es auch noch Punkte. Und wenn das alles in der Nähe ist, gibt es die meisten Punkte. Das heißt, die Hütte hier steht ganz gut einfach hier mittendrin. Cool. Und es gibt keine Abzüge für mehrere Hütten. Stadtteil hat 15. Ah, nebeneinander, nebeneinander. Okay, so. Wie jetzt so ein bisschen schön aussieht. So. Noch ein Brunnen. 32 Punkte. Und muss weg vom anderen Brunnen stehen, nehme ich an. Ja, dann ist das wohl da ganz gut. Blöder Schamane. Ne. Fünf Punkte für eine Villa. Sieben Punkte. Ja, besser wird das auch nicht. Die sieben Punkte. Die nehmen wir. Zwischendurch nicht vergessen Gin Tonic zu trinken. Also hier ist mehr Tonic drin als Gin. Wo ich gerade das große Glas sehe. Aham. Das soll ja auch kein Alkohol-Channel sein hier. Sondern ein Spiel-Channel. Soll das ein Spiel-Channel werden? Weiß ich nicht. Ähm. Ja. Also Twitch ist eigentlich rein für Spiele. Und vielleicht werde ich mal live auch 3D-Figuren anmalen. Ist nämlich noch so ein Hobby. Was ich habe. Aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie spannend ist. Oder ob ich das überhaupt machen will. Also ob ich Spaß daran habe, das zu machen. Achso, hier ist der Schamane in der Nähe. Hier gibt es Abzug. Was heißt hier nah dran? Acht Punkte. Hm. Hier gibt es schon neun. Weil... Moment. Es gibt Zusatzpunkte für diese komischen... Lappen, die hier liegen. Wissen wir es. Was ist das? Lagerfeuer oder was? Was für doofe Sterne stehen in der Nähe rum? Ja, 13 Punkte. Ich glaube mehr gibt es. 15. Das nehme ich sofort. Okay, wenn die Dinger schon stehen, kriegt man keine Erklärung, was die Punkte gibt. Hätte ich jetzt gerne nochmal nachgeguckt. Aber gut. So. Ich brauche nur noch einen Punkt, um weitere Sachen freizuschalten. Ich glaube, das ist relativ sicher. 51 Punkte brauche ich jetzt für das nächste. Also es steigert sich tatsächlich mal so nach oben, dass es irgendwann... Dass es gar keine schlechte Idee war, dass ich direkt von Anfang an sehr genau die Dinger platziert habe. Das muss man anscheinend auch. Oh, das ist toll. Park. Ich nehme mal an, die Stadt kriegt jetzt einen Park. Jawoll. Deswegen gibt es auch die Häuser dazu. Passt thematisch. Das ist jetzt auch nichts, wo man eine fette Anleitung dazu bräuchte. Das ist glaube ich selbsterklärend. Und solche Spiele mag ich ja. Vor allem, wenn das eher Casual Gaming ist. Man kann einfach anfangen. Zusatzpunkte für Bäume. Das heißt, ich kann den Park auch hier hinten hinsetzen und dann freuen sich... Ne, Quatsch. 15... Oh, 18 Punkte gibt es hier. Oh Gott, das ist aber jetzt wirklich Pixel-Schubserei hier. Ich weiß genau, da stand gerade die 18. Da, 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 da. Oh. War das jetzt klug? Das Ding steht ja irgendwie so mittendrin und... Ah, nimmt Platz weg. Ich weiß es nicht. So, die Hütten können irgendwo stehen, aber... Ja, dann bauen wir das doch direkt neben den Park. Ne, hier gibt es auch Punkte. Ne, komm. Geht der noch da rein? Hier so. Haus. 9, 9, 9, 9, 9. Jetzt habe ich hier tatsächlich in der Mitte Platz freigelassen und... Hä? Da verschenke ich Punkte. Ich wette, das hat schon Nachteile. So, 9 für die Hütte. Hier hinten natürlich 15, 16... Hm. Hm. Ja, ich glaube, wer die hier so frei rumsteht, ist am besten. Ich dreh die mal was. Sieht schön aus. So. Was war das? Achso, hier. Ein Punkt ans Sägewerk, weil das... Nervt, wenn man eine Hütte baut, wenn so ein Sägewerk in der Nähe ist. Es gibt dann weniger... Punkte, aber... Da das Stadtzentrum hier ist... Oh. Ich mache hier so einen Hüttenkreis. Also, wenn ich noch mehr Hütten kriege. Eher so ein ländliches Gebiet, ne? Weit weg von der Stadt. Oh, ich habe genug Punkte... Habe ich genug Punkte? Ah, ich habe eben schon genug Punkte gehabt. Okay. Was ist ein Plateau? Ah. Ich kriege nur Platzpunkte für alles hier. Hat was mit dem Park zu tun. Haha. Ja. Ne? Wenn man vorher weiß, dass... Dass man so ein fettes Teil hier irgendwie bauen kann. Aber natürlich Platz dafür braucht. Äh, ja. Ja. Okay, Stadtzentrum muss in der Nähe sein. Sägewerk gibt auch noch Punkte. Ich gehe mal so hier drumherum und versuche mal das irgendwie noch zu bauen. Hm. Also, ich glaube, hier sieht es am schönsten aus. Ja, Ästhetik so ein bisschen. Ist ja auch wichtig. Okay. So ein bisschen hier, dass das... Also, es ist ein künstlich angelegtes Hochplateau oder... Ah. So. Mal gucken, was ich hier fabriziert habe. Also, ich schätze mal, das macht Sinn, dass da irgendwie Wasser drumherum ist. Das soll so sein. Und so erweitert man dann die Stadt. Und... Genau. Kann da rein bauen. Dachte ich es mir doch. Aber hier gibt es mehr Punkte für die ganzen Sachen. Aber da ist noch ein Park. Es gibt aber keine Abzüge dafür. Trotzdem, ich glaube, wenn man hier so ein paar Parks verteilt, dann ist das schöner für alle. Zwölf Punkte. Na. Hier passt ja gar nichts mehr dran. Doch, da. 15. Und dann gibt es auch hier... Das ist eine Hütte. Ja, komm. Der Hüttenkreis hier. Zack. Ich sehe das jetzt so als kleine Community an, die glücklich da lebt. Glücklicherweise kann man das auch genau hier rein drehen, dass das passt. Also, es ist jetzt nicht so ein Frustding, dass man die Dinger nicht anordnen könnte. Aber hier oben mache ich echt mehr Punkte, als wenn das da unten steht. Ja, ne. Dann gibt es das Plateau halt später. Ich mache hier gerade mehr Punkte. Immer noch? Immer noch. Na. Ja. Und wieder was frei. Sehr gut. Land... Ich glaube, ich mache jetzt... Ich mache mal Landwirtschaft. Ich glaube, das ist wichtig für so eine Stadt und das hat sicher Synergien und bringt mehr Punkte oder so. Ich hoffe, das gibt gleich mehr Punkte. Ja, hier... Ich schätze mal, jetzt gibt es dann auch Park... Dinger, Scheiben hier dazu, die man auswählen kann, weil die Sachen zusammenpassen. Also mit der Mühle und dem Kram hier. So kann man dann sehen, dass das Punkte gibt. Ja, Stadtzentrum positiv in der Nähe. Das ist aber noch mehr Punkte. Und die Mühle kann nur auf dem Gelände hier abgelegt werden. Puh, kriege ich nochmal irgendwo Zusatzpunkte dafür? Nee. Nee, mehr als das hier wird das nicht. Aber wenn das hier in der Nähe steht, dann kann ich die Stadt nicht weiter bauen. Und braucht den Platz. Ah, hier genauso. Äh. Hier vielleicht? Weit genug weg und gibt noch die zwei Punkte von dem da. Nee. Hier ist weit genug weg und gibt noch die Punkte von dem links. Das ist besser. Aber man kann doch näher ran zoomen. Ich dachte eben, das geht nicht. Ja, sieht ja gar nicht so schlimm aus. So, zur Mühle kommt das Feld. Ich darf es da nur nicht bauen. Scheiße. Ja, ich wollte genau den Platz hier für die Stadt sparen. Und jetzt geht das nicht. Und hier unten bin ich zu weit weg. Und man kann das nicht rückgängig machen und das Ding hier irgendwie verschieben oder doppelt drauf. Nein, geht nicht. Äh. Na gut, dann muss das halt hier oben stehen, das Feld. Schön da in der Stadt. Wie man das so macht mit Plantagen und Feldern und Apropos Plantagen. Null. Ah, hier zehn Punkte gibt das noch. Da hat auch noch einer rangepasst. Also so vier Algenplantagen Teile passt wohl. Also vier Algenplantagen für eine Algenfarm. So. Die Hütte. Das ist schon eine schöne ruhige Musik. Oh, 18 Punkte. 23, 24 Punkte. Ähm, wenn ich jetzt... Oh, wenn ich jetzt nicht genug Punkte mache, ist es auch schon wieder vorbei. Tatsächlich. 18... Ja, anscheinend macht das Sinn, die Parks hier nebeneinander zu stellen. Hat aber gereicht für... den Turm. Oder das Lager. Hm, Fischer, Ziegelbrennerei. Brauerei. Wir haben gar nicht so viel davon. Aber es gibt alles gut Punkte. Aber für einen Turm gibt es... Steinmetz, Ballon, Statue, Stadtmauer. Park und Villa. Oh. Und Häuser. Ich glaube, das macht das Meister aus. Wenn der Turm hier über der Stadt steht... Kommt auf den Radius an, den das Ding haben wird. Oh, der ist riesig. Okay. 32 Punkte. Hier wird das sicherlich nicht mehr. Also hier ist überall 32. Hier... Nein, 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 nein. Ich glaube mal, hier steht hier relativ gut. Sieht doch auch ganz nett aus. Also man kann es nur drehen. Und nicht anders noch. Wie heißt das? Tilten? Wenn man den Horizont so bewegt... Ah, ich weiß auch nicht. Ist egal. Ähm... So... Eine neue Algenfarm kann man hier... Hä, ich wollte gerade rauszoomen, aber wenn man was ausgewählt hat, dann geht das gar nicht mehr. Na gut. So, hier gibt es fast überall Abzüge. Hier könnte ich die noch hinbauen. Was gibt denn... Es gibt alles keine Pluspunkte. Aber hier die anderen Dinger, die man baut, bringen irgendwie Pluspunkte. Und ich glaube, das hier macht Sinn, wenn ich das hier in den... Okay, die nehme ich noch mit dazu. Ähm... Das war keine Algen-Ding. Das ist ein Feld. Für Mühlen ist das da... Achso, hier oben war die Mühle, ja. Hat sich schon wieder vergessen. Fünf... Zehn... Zehn Punkte. So, die Sandgrube mit der Statue und Ziegelbrennerei. Es gibt nur für die Ziegelbrennerei irgendwie Vorteile, aber leider ist dann hier der andere Mist in der Nähe. Und das habe ich... Das habe ich verbockt. Kann ich das Ding nicht irgendwie so aufbauen, dass ich nur das da in die Nähe kriege? Keine Chance. Ja, dann kann man die Dinger auch zusammenbacken. Das sieht ja irgendwie komisch aus, oder? Wie gesagt, so eine kleine, minimale Ästhetik darf das haben. Ah... Ne, geht nicht. Ich muss es hier hin bauen. Na gut. So, wenn ich jetzt keine fünf Punkte mache, ist vorbei. Sollte aber noch gehen hiermit zum Park, oder? Jo... Hm... Und noch einmal erweitert. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe übrigens keine Idee, wie die Qualität des Streams ist. Kann ich mir, glaube ich, nachher angucken dann. Irgendwann muss man es halt mal ausprobieren. Oh, ah! Lager. Äh... Probier ich das aus? Ja... Hier. Oh, das ist cool. Da gibt es hier die ganzen anderen Sachen noch dazu. Und für die kriege ich auch Punkte, ne? Ja, dann nehme ich erstmal das hier. Maximiert mit 19 Punkten. Haha! Okay, so funktioniert das ganz gut. Äh... So... Hopfenfeld. Hatte ich schon eine Brauerei? Jo... 13, 13, 13, 13, 13 Punkte. Überall das Gleiche. Dann bauen wir die mal so hier so ein. Sehr gut. Ja, ist schon relativ intuitiv. Das alles so zusammen zu klatschen hier. Ah! Sehr gut. Die nächste Hütte. Der Hüttenkreis ist completed. Jetzt fehlt hier nur noch so ein Springbrunnen. Oder Park. Oder Statue. Oder... Lager... Lager... Ein Grill. Das ist... Das wird der Grillplatz. Ja, das wäre schön. So, jetzt mache ich mal das Lager hier. Ja, da ist durchaus sehr viel in der Nähe, was Punkte gibt. 34 maximal hier. Hier eher nicht. Ich glaube, ich nehme mal die 34 mit. Oh ja. Damit bin ich schon weitergekommen. So zwischendurch. Das interessiert hier keine Sau. Das ist egal. Was total viel Sinn macht, weil man sonst mega den Überblick verliert, falls man mal mit irgendjemandem interagieren will bei Twitch. Zwei Monitore mindestens. Und eine relativ gute Webcam. Weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist. Ist, glaube ich, interessanter, wenn man sich Fullscreen selbst präsentieren will. Ja, ich habe jetzt eine Spiegelreflexkamera, weil ich die eh habe. Mit einem HDMI-Ausgang. Und... Das ist die Qualität halt ein bisschen besser. Und... Dann habe ich den Faden verloren und weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ne? Achso, ja, hier. Zwei Monitore. Links hier kann ich sehen, was ich gerade tatsächlich streame. Also was rausgeht. Oder was halt gleichzeitig noch aufgenommen wird. Was man auch noch bei YouTube hochladen kann zusätzlich. Ich glaube, das macht... Das kann irgendwann Probleme bereiten, wenn man... Für die Leute, die irgendwann mit sowas Geld verdienen. Das werde ich nicht. Aber wäre das so, dann muss man da irgendwie Twitch was unterschreiben oder so. Sodass man halt nicht bei YouTube oder sonst wo noch gleichzeitig live was zeigt. Aber man darf dann noch irgendwie später was hochladen. Weil es bei Twitch immer zuerst live zu sehen ist. Aber... Ich denke mal, wenn man dann irgendwann noch mehr Geld mit Twitch verdient, dann darf man bei YouTube zum Beispiel gar nichts mehr hochladen. Aber es ist dann wahrscheinlich auch egal. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Da kann man sich damit beschäftigen, wenn man davon leben möchte. Ja, ist lustig. Vor allem, wenn man sich sowas aussucht und im Hauptjob eigentlich auch vor dem Monitor sitzt. Da bin ich aber zum Glück selbstständig. Und programmiere total interessante Internetseiten. Was... Was... Was mache ich hier? Wieso gibt es... Wieso gibt es das Hopfenfeld Pluspunkte für den Park? Weil die Leute gerne da spazieren gehen, wo es Bier gibt. Kriege ich mehr als 14 Punkte raus? 14... 15... Aber jetzt ganz im Ernst. Der Park kommt neben das Hopfenfeld. Geiles Aus... Ausflugsziel. Und genug Punkte zum Freischalten. Sehr gut. Oh, die Goldmitte oder der Zirkus. Kapitalismus, Gold. Sehr gut. Ja, so ist das. Also nehme ich das Ganze gerade auf und streamen es live bei Twitch, wo dann eine Person zuguckt. Bin ich schon eine Stunde am Stream? Was geht? Ich weiß gar nicht. Es ist cool, wenn man so Formate macht und sich überlegt, dass man so nur eine Stunde was zeigt. Mein Computer ist übrigens gerade mit 40% ausgelastet. Also bei dem Spiel hier mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich habe das mal mit so einem 3D-Shooter ausprobiert. Nur eine Aufzeichnung zu machen. Das hat geruckelt wie Sau. Also das kann man sich vorher schön ausrechnen, ob der Rechner schnell genug ist für den ganzen Quatsch hier. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich bauen soll. Na gut, okay. Gehen wir mal an der Stadt hier weiter. Ist gut. Mehr Punkte? Ich brauche mehr Punkte. 7 da unten. Ah, hier 8. Das ist noch okay. Ich kann es langsam nachvollziehen mit dem, ich weiß nicht, ob ich länger als eine Stunde Spaß dran habe. Ich bin jetzt eine Stunde dran und... Ist das eine Stunde? Ich weiß nicht, ob es diese Zeitanteilung da unten ist. Ja, es wird halt nicht spannender als das hier. Wenn man das aber genau gerade so braucht, dann ist das ein cooles Spiel. Ja, hätte ich was vorbereitet, würde ich jetzt die Musik hier bei dem Spiel gegen was anderes austauschen. Gegen meine eigene coole Playlist. Da würde sich, glaube ich, zu so einem ruhigen Spiel Death Metal ziemlich gut anbieten. Ja, könnte ich mir vorstellen. Nein, überhaupt nicht. Ja, keine Ahnung. Sowas wie... Schöne, ruhige Mittelalter Musik? Oder Björk oder sowas. Ich kriege nicht mehr Punkte mit dem Ding hier hin, ne? Tja, dann kommt er da hin. Ja, ne, wenn man einfach nur die Musik hier austauscht, die Hintergrund, das Embit rauschen und hier die Geräusche beibehält, was eigentlich ziemlich gut gemacht ist. Auch das Wind rauschen. Ich würde gerne wissen, ob sich das ändert. Je nachdem, wie nah man dran ist. Es gibt ja so Spiele, wenn man näher dran ist, dann hört man die Geräusche von den... Oh ja. Jetzt kommen Geräusche von hier Steinmetzen dazu und jetzt mehr Stadt. Und hier? Holzfäller. Tatsächlich, funktioniert. Ne, sorry. Also, äh... Ne, Musik. Also, die ist nett, aber... Ohne ist auch gut. Ahem. Ja, das ist eigentlich noch ruhiger. Es ist halt... Wenn man da nicht so draufsteht auf diese... Esoterik-Musik, dann... Einfach nur so ein bisschen Ambient rauschen, das passt besser. Das ist schöner. Wir wollten aber die Goldenmine hier hinbauen. Ah, der Juwelier muss wahrscheinlich irgendwo in der Nähe sein, ja. Alles klar. Das Lager, die Goldader... Juwelier und die Statue. Ja, scheiße. Ich muss jetzt eine Goldader finden. Und am besten... Hier irgendwo, wette ich? Ah, hier oben, oder? Das ist die Goldader. Das Lager steht hier. Viel zu weit weg. Juwelier... Muss dann hier in der Nähe sein. Aber ich krieg Punkte, wenn die Villa in der Nähe ist. Also, Juwelier hier irgendwo und da das... Ja, passt. Na, hier, ja. Jetzt hätte ich mich fast verklickt und minus 20 Punkte gehabt. Oh, Achievement. Professional. Ja, ich glaube auch mit den Achievements ist man ziemlich schnell durch. Minus 50 Punkte. Minus 35 Punkte. Minus 5... Oh, oh. Jetzt wird's hart. Ich habe noch 35 Punkte, die ich brauche, sonst kann ich nichts weiter freischalten. Hiermit mache ich... Insgesamt minus 5. Weil das Ding so teuer ist. Aber da die Villa und alles hier nicht in der Nähe ist... Oh, Alter. Wenn man das vorher weiß. Ja, ich glaube, man muss das dann nochmal spielen, wenn man es weiter spielen will und das dann weiß. Die Stadt muss quasi neben der Goldader sein, sonst funktioniert das ja gar nicht hier. Kriege ich das noch hin hier? Minus 5, minus 5... Ja, so nah dran wie möglich. Der Juwelier muss zur Stadt. Aber näher geht's halt nicht. Ah... Ja, 35 Punkte fehlen. Also 40 jetzt. Die kriege ich nicht für den Park hier. Aber man kann ja noch zur nächsten Insel hopfen. Äh... Hüpfen. Das ist nicht schlecht. Also muss ich zugeben. Ähm... Ja, ich überlege schon so langsam. Ähm... Ich würde fast sagen... Erstmal... War es das hier mit dieser Insel? Was ist das hier? Startet man damit neu? Okay... Fragt ihr nochmal? Oder... Ist das dann alles vorbei? Ich trau mich nicht da drauf zu klicken. Ne, mach ich nicht. Also ich will auf keinen Fall nochmal von vorne anfangen, das Ding hier. Äh... Ja... Also... Wenn man nicht alles perfekt macht, dann... Hat man irgendwann keine Punkte mehr und kann auf dieser Insel nicht weiter bauen. Obwohl noch Platz wäre. Andererseits glaube ich, das ist bei Design. Dass man halt irgendwann zur nächsten Insel geht. Da nehme ich die Punkte ja mit. Und ich glaube, ich kann die vollen Punkte dann ausgeben und hab direkt mehr zu bauen. Diese Frage kann man ja kurz noch beantworten. Ja, los geht's. Was soll ich sonst machen hier? Achievement Colony... Äh... Colony... Colony... Colony klingt besser. Interessant. Also ich hab jetzt... Mega viele Punkte. Aber ich brauch trotzdem 20, um irgendwas freizuschalten. Man sammelt also insgesamt in dem Spiel immer mehr Punkte. Um zu sehen, dass man weitergekommen ist. Muss aber immer mal wieder eine neue Insel anfangen, die anscheinend auch schwerer werden. Okay. Ja, also ich glaub, ich kann da noch... 1, 2, 3 Inseln... Vielleicht eher 2 spielen und dann... Dann haben sich die 2 Euro doch tatsächlich bezahlt gemacht. Äh... Ja... Das war's erstmal. Mir hat das Spaß gemacht. Also, natürlich hat's mir Spaß gemacht. Ich hab das Spiel gespielt. Und... Ich rede sowieso die ganze Zeit mit mir selber. Deswegen... Jetzt hab ich nur einen Grund dazu. Das passt schon. Cool. Ähm... Das Spiel... Heißt Islanders. Das gibt es im Steam Summer Sale für 2, irgendwas Euro. Und dafür ist das ein No-Brainer, das sofort einfach mal zu kaufen. Und... Jetzt März. Wenn man eine Stunde Spielspaß hat für 2 Euro, dann hat's sich's bezahlt gemacht. Einfach mal so einen Abend. Hey, neues Spiel, 2 Euro. Spaß gehabt. Löschen von mir aus. Ich werd's nochmal spielen. Vielleicht streame ich das auch. Zweite Insel und so. Aber... Ja... Es sieht echt schön aus, muss ich sagen. Es klingt gut. Und... Regengeräusche sind übrigens immer sehr beruhigend und ganz toll. Was ist das hier unten? Ja, andere Funktionen in diesem Spiel sind zum Beispiel... Man kann ein Screenshot machen... Nein, kann man nicht. Ähm... Hiermit kann man anscheinend alles ausblenden, um einen Screenshot zu machen. Selber dann. Äh... Das hier war noch lustig. Highscore 1620 war meins. Und ich bin auf Nummer... Haha, die besten Liste. Auf Platz Nummer 240195. Ah, verdammt. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Platz ich am Anfang war. Hätte ich mal nachgucken sollen. Auf den ersten Plätzen hab ich auch nur so Nummern gesehen, die irgendwie weiter oben waren. Aber... Äh... Hier scheinen die Leute schon richtige Namen zu haben, weil sie doch mal ein bisschen länger gespielt haben. Aber... 240.000! Und schon ein kleiner Ansporn. Also... Hä? Also unter die ersten 100.000 könnte ich vielleicht kommen. Hm... Und jetzt ein kleines Rechenbeispiel. Bisschen Kapitalismus. Äh... 101. Wie auch immer. Wenn ich den Rang 240.000 habe, ja... Und es gibt... Weiß ich nicht... Vielleicht 500.000... Leute, die das jetzt spielen. Und jeder 2 Euro bezahlt. Hm? Ist schon mal ne Million dabei. Ne Million für so ein kleines Spiel, was so günstig ist. Was alle kaufen, weil es so günstig ist. Was alle kaufen, weil es gerade so günstig gemacht wurde bei Steam Summer Sale. Äh... Ich glaube, das ist so ein kleines Risiko, was man eigentlich einfach sagt. So, ey, wir machen das jetzt mal einfach super billig. Und die Leute ziehen sich das alle, spielen es und... Äh... Bäm, ne Million da. Ja gut, äh, Steam kriegt jetzt natürlich auch Kohle dafür. Das ist klar. Aber... Ja. Ich glaube... Also wenn das stimmt mit dem Rang hier. Man weiß es nicht. Aber... Falls das stimmt, äh... Kann man hiermit... Als... Hier, warte mal. Jetzt sind wir nicht mehr als 2 Entwickler, oder? Das steht doch hier irgendwo. Da, hier... Ja, hier. Drei Leute. Drei Leute haben das programmiert. Die sich jetzt Minusgebühren eine Million teilen. Wenn man das geplant hat, ich meine... Dann kann man sich locker mal einfach... Ein ganzes Jahr mit drei Leuten dransetzen und sowas programmieren. Und das geilste ist, die werden... Nochmal so ein Spiel machen. Weil jetzt haben sie Geld, was sie investieren können. Und nochmal so ein kleines geiles Spiel zu machen. Was von mir aus auch nur 3 Euro kostet. Oder 5 Euro. Also... Das Spiel hier ist 5 Euro wert. Das ist... Das ist 10 wert. Vielleicht auch. Aber... Geil, oder? So, und dann hier... Gut, die Leute kriegen ja auch noch Kohle hier. Einmal in Russisch, Chinesisch... Französisch? Englisch? Übersetzt? Was auch immer. HTW Berlin. Was ist das? Technisches Werk? Hochschul... Hochtechnisches Werk? Weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich eine Hochschule. Und... Boah, ich muss was recherchieren. Ich glaube, das Spiel wurde... Das ist wahrscheinlich irgend so ein Studentenprojekt gewesen. Alter! Und sie haben eine Million damit gemacht. Ich glaube das noch nicht so ganz. Also ich glaube, ich muss das jetzt echt mal nachgucken. Nicht jetzt, aber... Krass! Cool! Ja... Ich würde sagen... Damit beende ich das Ganze mal. So langsam. Also... Ja, ich werde Eidliners nochmal spielen. Ich werde... Vielleicht auch Gin Tonic dabei trinken. Den man nicht so lange stehen lassen sollte. Egal. Und... Dann vielleicht zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö Okay Oh Hat man das gehört? Bin ich live? Nein, aber die Aufnahme läuft noch Verdammt Wenn ich das hier bei YouTube hochlade Dann ist das jetzt Zusatz-Content Den nur ihr seht Bei YouTube und sonst niemand Und hier hat man Röpsen gehört Ich könnte es rausschneiden Ich glaube ich werde es rausschneiden Vielleicht bastle ich auch noch so ein Kleines Logo dazu, was hier reinfliegt Vielleicht aber auch nicht Ich lade es einfach hoch Weil ich keinen Bock habe hier irgendwas zu schneiden Das ist das Schöne beim Livestream Ja, dann auch bei YouTube jetzt Oder wo auch immer ich das hochlade Tschö als ich glaube ich bin Zu den